Hey Leute und damit ihr willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ähm, wo bin ich eigentlich hier? Ähm, ich glaube, hier passt es besser. Ähm, ja, heute sind wir auf dem GOMM HD Buchnetz-Server und spielen eine kleine Runde Skywars. Oder, keine Ahnung, wir machen einfach irgendeinen Blödsinn. So, was spielen wir jetzt mal? Vielleicht kann ich ja nur eine tägliche Belohnung abholen. Uuu, da ist hier nur was offen. Äh. 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 Oh. Natürlich, 503 Koinen. Voll krass. Ich würde sagen, wir spielen eine kleine Runde. Äh, Malcraft. Da, die Runde, die will ich. Oh, es beginnt jetzt in 41 Sekunden. Jetzt sind nur 31. 38. 37. Ach, ich halte einfach mal auf. Oh, die Runde hat schon begonnen. Oh, da nicht. Ups, da hat mich wohl jemand auf Skype angerufen. Und wir greifen uns die Findenboden hinein und hoffen, dass wir einen Maulwurf finden. Oh, ne, Kiste. So, jetzt haben wir Eisenschwerter und Bogen. Krass. Oder unten ist einer. Äh, ähm. Äh, Enchant-Monterie brauche ich leider nicht. Hä, was? Die Erde macht Schaden. Oh, hoffentlich kriegt er uns da nicht. Oh, wir holen uns den. Wir holen uns den. Und wir holen uns den. Und wir holen uns den. GG. Fisch. Fight. Naja, wir waren lowlife. Wir werfen mit... Äh, äh, noch mal ohne Malcraft. Und schon wieder 41 Sekunden warten. Äh, äh, alles klar. Oh mein Gott, direkt neben uns ist jemand. Ich hab's gehört. Ich weiß es einfach, dass unter uns jemand ist. Kann mir keiner sagen. Dass unter uns keiner ist. Äh, ist da jemand? Ist das... Auf Ansage. Ich hab's doch genug. Pora? Oha, Slashdirt. Ich baue mal hinter uns ein bisschen zu. Das ist so ein bisschen gefährlich. Wann ringen unsere Herzen endlich mal voll? Ich glaube, hier ist jemand. Und fight. Spannendste fight. Ah, er hat ein halbes Herz. Ich würd sagen, wir spielen mal ein bisschen Kubewe. Oh, Tschubi. Ah, ja, Leute, wenn man zwar Stats mehlig sein gibt. Bam. 4724er. Äh, 59er KD wie eigentlich in All Stats. Das bin ich... Oh, da bin ich eigentlich schlichter. Ah. So, ähm. Die Mitte ist voll alone. Äh, oder auch doch nicht. Er kann halt ping-plänen. So. Hier haben wir ein paar Blöcke gesnaggelt. Jetzt müsst ihr meine One-Stick, äh, Skills mal geben. Also, One-Stick kann das nicht lenden. Wie gesagt, wie im Westen-Video. Oh. Ah. Okay. Was kann ich mit dir machen? Kann ich da irgendwas kaufen? Ha, ha, ha. Ha, ha, gib mir da was. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass unsere Gäbener das Geld verliegt. Spitzer. Huff. Dem haben wir es aber gegeben. Oh, wir haben richtig viel Gold. Äh, war das gerade unser Bett? Nein, unser Bett ist weg. Was? Was will der mit seinem Knockback-Stick? Der schafft eh nichts. Der erreicht einfach nichts in seinem Leben. Äh, oder vielleicht doch? Oh, doch nicht. GG. Ähm. Will ja nichts sagen, aber da ist ein Gelber in der Mitte. Jo, Leute. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Äh, ein bisschen komisch, aber hoffentlich hat euch es gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen medien Tag und ciao. Hörer. 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 Vielen Dank.